Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten sehen Sie hier Gorshindo. Das ist eine super Sache. Ich darf euch alle hier ganz herzlich begrüßen hier im Turnsaal der Mittelschule Ilmitz. Es freut mich natürlich ganz besonders, dass ihr hier bei uns Station macht. Der Pfeffer-Georg ist ja ein jahrzehntelanger Freund von mir und ich danke ihm dafür, dass er diese Veranstaltung hier schon seit Jahren, wir haben die Halle schon einige Jahre benutzt, dass er das hier zu uns herbringt. Kampfsport ist natürlich etwas ganz Besonderes, beziehungsweise Sport ist überhaupt natürlich ganz wichtig für uns alle, speziell für die Jugend, aufgefangen bis zu den älteren Herrschaften hier. Also die Kinder werden ja schon erzogen jetzt, nicht mehr mit dem Auto in die Schule zu fahren, mit dem Fahrrad zu Fuß in die Schule zu kommen. In dem Sinn bin ich natürlich ganz, ganz froh, dass solche Veranstaltungen hier zu uns nach Ilmitz kommen. Für den heutigen Tag und den morgigen Tag darf ich euch allen alles Gute wünschen, vor allem hoffentlich keine Verletzungen. Ich wünsche euch fürs Wochenende alles Gute. Dankeschön. Mein Name ist Werner Pfeffer. Wir sind heute hier in Ilmitz zum zweiten Lehrgang. Wir haben berühmte, großartige Trainer nach Ilmitz geladen, den Santi aus Spanien, einen Salih aus Frankreich, der eigentlich von mir klein auf, als ich zehn Jahre alt war, mein Trainer ist. Wir haben Leute von Finnland, Schweden, Deutschland, die bei uns die Atmosphäre genießen und sich wohlfühlen. Das war's super, was wir hier machen. Haben Sie gesagt, noch einmal, Maigeri, Ushirogeri, kommt zurück und dann, haben Sie gesagt, sie hat gedreht, dann hat sie gedreht, dann hat sie gedreht, dann kriegt sie zurück. Zeig mir einmal. Ein, zwei, drei, Zeig mir. Ein, noch einmal, noch einmal, gerne noch einmal. Ein, zwei, drei. Rössig. Goshindo ist eine spielerische, elegante, aus Jiu-Jitsu von Alain Zahyi entwickelte Kampf- und Bewegungstechnik. Über 100 Teilnehmer aus sieben Nationen treffen sich in diesem Jahr in Ilmitz am Neu-Siegler See zu einem zweitägigen Seminar mit Alain und Senti, einem Trainer aus Barcelona. Und ich wünsche viel Spaß bei dem, was Sie jetzt sehen werden. Ich kann auch ein bisschen drehen, selbst, und dann erdrehen. Okay, ich drehe. Und erdrehen. Haben Sie verstanden? Bitte. Okay, und wenn ich gehe, dann gehe ich weiter. Okay, ich drehe. Ah! Nicht so! Ich kann das nicht tun. Darling, komm hier. Run. Aber nicht hier. Vielleicht wird er sein Gesicht. Nächste Seite. Andere Seite. Auf einen Fuß. Oh, einen Fuß. Und er kommt. Spidefisher zusammen. Auf einen Fuß. Andere Seite. Andere Seite. Andere Seite. Andere Fuß. Ein Fuß. Perfekt, er geht, einmal rechts, einmal links, das ist gut, bitte nehmen Platz, okay, nimm deinen Platz, das ist zu viele Leute zusammen hier, okay, wir haben mehr Platz, come on, go, allez, begin, up, okay, move your body, you will go more, and your foot more, more, more here, you understand, and after that you will turn, okay, let's go. So, when you go, you will go, okay, when you have the muscle, but you know, we are not so precise, okay, wow, a lot of statue, okay, so you have the bicep, you have a little bit of line of the bicep, and you try to go on the line of the bicep, when he's here, okay, like this, so you walk a little bit here, okay, but we don't have the time to see too much, so you go just like this, okay, one, two, okay, but look my feet first, I move with my feet, I move with my feet, okay, this one is plus, okay, number one, number two, okay, and because you do number two, you go number three, one more time, I come here, fun, okay, I go two, and I go three, with this one, Hajime, go, stop, I take another one, you turn everything, okay, just after that, I go, poof, okay, it's the reverse of the tennis, okay, un, deux, okay, you plaf, here, open, and because you open here, he present the neck, wow, thank you so much for this part, Hajime, guys, go! Just a small, just a small, sometimes it's just one millimetre, always, always, sometimes it's one millimetre, sometimes it's just a term, but the term is going, and just after that, you come back, and you move your body, and you do, okay, at you. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020